Was wäre, wenn du der Direktor deiner Schule wärst? Ein Raucherzimmer. Ein Zimmer für die Raucher mit Durchzug. Ah Gott, zu viel Verantwortung, oder? Oder würdest du Randale machen? Jeden Tag Party. Unsere Schüler sollten essen und trinken dürfen und Graugummi kauen. An sich würde ich wahrscheinlich nicht viel verändern. Was wäre, wenn ein sinnvoller Handynutzung im Unterricht erlaubt wäre? Ich glaube, dass das mittlerweile schon fast der Fall ist. Ich denke mal, in vier bis fünf Jahren würde es an allen Schulen gang und gäbe sein, dass man einfach sein Handy benutzen kann oder Tablets in der Art. Eine sinnvolle Handynutzung wäre vielleicht Taschenrechner. Intendere Schöre. Intendere Schöre, ja. Da machen wir mal so, Like. Ja, was heißt sinnvoll? Also, wenn man das Handy benutzen dürfte, denke ich, würde fast keiner mehr im Unterricht aufpassen. Ich fände es sinnvoll. Allein so etwas wie Hausaufgaben aufschreiben. Also, so etwas würde es sinnvoll machen. Vielleicht, wenn man das so macht, dass sie kein Internet haben. Was wäre, wenn du König von Nürnberg wärst? Ich würde mehr Parks rollen. Also so große, die so ein bisschen abgeschirmt sind von außen. Mit dem Springboden drin und so Bäume aus dem Rumpen. Ich würde allen Menschen Süßigkeiten schenken. Ich würde den ganzen Schulen und Forst- und Universitäten entsprechend Geld geben, dass sie mal vernünftige Schulgebäude haben, die nicht so abgeranzt sind. Dann würde ich erstmal in die Burg umziehen und dann erstmal die ordentlich umbauen und ja, noch ein paar Feiern schmeißen. Bis zum nächsten Mal.